Du bist so hübsch, Baby. Woher kennt ihr euch? Mathilda hat mir auf Instagram geschrieben. Aber woher wusste sie, dass wir eine Pause haben? Das kann ich erklären. Vier Tage vorher. Ich muss dir was erzählen, Maria. Bitte sei leise, Mia. Wir haben Unterricht. Mein Vater hat meine Mutter verlassen. Echt? Kommt er nicht mehr zurück? Ich weiß nicht, die haben eine Pause. Oh, das ist interessant. Wie lange sind deine Eltern schon getrennt, Mia? Seit zwei Tagen. Warum? Ach, nur so. Jetzt ist meine Chance, Paul zu bekommen. Also nimmst du meinen Mann weg. Hä? Ihr seid doch getrennt gerade. Was redest du da, Pia? Ja, wir sind getrennt, Mathilda. Ich freue mich auf unser Date. Gut, ich mag dich sehr. Ich freue mich auch auf unser Date, Alex. Pia? Ja, süßer? Benutzt du mich, um Paul eifersüchtig zu machen? Äh, nein, natürlich nicht. Ich will dieses Date mit dir, Alex. Hm, okay. Ich finde dich nämlich echt toll. Sollen wir reingehen, Mathilda? Der Film beginnt gleich. Ja, gerne. Gehen wir auch rein, Alex? Ja, gehen wir. Hallo, wir wollen Avati 3 gucken. Okay, das macht 26 Euro. Warum ist das so teuer? Das ist der normale Preis. Wie viel kostet denn ein Ticket? 6,50 Euro. Aber warum wollen Sie dann 26 Euro von uns? Ich bin zwar nicht so gut in Mathe, aber 6 Euro und 50 Cent mal 4 sind doch 26 Euro. Aber warum mal 4? Hä? Sie sind doch vier Personen. Nein, wir sind nur zwei Personen. Ach, Sie kennen die Leute hinter sich gar nicht. Äh, doch. Das ist meine Frau und ihr Date Alex. Und Sie haben ein Date mit dieser Frau? Ja. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich erkläre es Ihnen. Und dann hat Pia Alex geküsst. Aber du hast doch auch diese Julia geküsst, Paul. Hast du das gehört, Paul? Das habe ich dir auch gesagt. Nein, das mit Julia ist zwei Jahre her. Hast du noch Fragen, Jenny? Warum dauert das so lange? Der Film beginnt gleich. Oh, da ist eine große Schlange. Oh je, mein Chef wird sauer werden. Das macht dann 13 Euro. Bezahlst du nicht für uns mit Paul? Nein, ich bezahle für mich und Matilda. Danke, Süßer. Natürlich, Baby. Hier, bitte. Komm, Matilda. Ich freue mich so sehr auf Avati 3. Wollen Sie auch Avati 3 gucken? Ja, der Film soll echt gut sein. Für Sie macht das dann auch 13 Euro. Ich zahle sogar 15 Euro. Hä? Warum wollen Sie mehr zahlen? Weil ich der King bin. Äh, okay. Dann macht das 15 Euro. Hier, bitte. Lass uns noch Popcorn kaufen. Was wollen Sie haben? Verfolgt ihr uns? Nein. Welchen Film guckt ihr denn? Avati 3. Den gucken wir auch. Oh, so ein Zufall. Ähm, was wollen Sie kaufen? Wir hätten gerne zwei kleine Cola und zwei kleine Popcorn. Kommt sofort. Und was wollen Sie? Zwei große Cola und zwei große Popcorn. Warum nimmst du große Portionen? Na, weil ich der King bin. Komm, Matilda, wir gehen rein. Warte, ich will sehen, wie groß die Cola und das Popcorn sind. Kommt sofort. Wow, die sind echt groß. Ich kaufe nur das Beste für Pia. Danke, Baby. So ein Angeber. Komm, Matilda, wir gehen jetzt rein. Okay, Süßer. Komm, wir gehen auch rein. Irgendwas war gerade seltsam. Ich hätte aber auch gerne ein Date mit einer Frau. Ich bin so glücklich, Paul. Ich finde es auch schön mit dir, Matilda. Hast du gewusst, dass deine Frau und Alex auch ein Date im Kino haben? Nein, das wusste ich nicht, Matilda. Hm, okay. Ich hoffe, wir haben trotzdem ein schönes Date. Wo sind unsere Sitzplätze, Alex? Wir haben die Plätze 1A und 1B. Ah, dann sitzen wir in der ersten Reihe. Moment mal. Ich glaube, wir sitzen neben Paul und Matilda. Wie bitte? Auf welchen Sitzplätzen sitzt ihr denn? Auf 1C und 1D. Dann sitzen wir tatsächlich neben Paul und Matilda. Ist das okay für dich, Pia? Nein, das wäre voll seltsam. Das finde ich auch seltsam, Paul. Wir können doch hinter Paul und Matilda sitzen. Da ist noch Platz. Das ist eine gute Idee. Komm, Pia. Du siehst so hübsch aus, Pia. Hat das Paul gehört? Sag das nochmal lauter, Alex. Ähm, du siehst sehr hübsch aus, Pia. Danke, Süßer. Das hat Paul bestimmt gehört. Weißt du was, Matilda? Was denn, Paul? Ich finde die Zahl 23 irgendwie lustig. Echt? Ich finde 24 lustiger. 24 ist echt lustig. Warum reden die über Zahlen? Ich mag die Zahl 1. Hä? Was ist an der Zahl 1 lustig? Zahl 1 ist überhaupt nicht witzig. Der Kinosaal wird immer voller. Ich sitze auf Sitzplatz 2a. Hä? Da ist eine Frau auf meinem Platz. Hallo. Sprechen Sie mit mir? Ja, Sie sitzen auf meinem Platz. Können Sie sich nicht woanders hinsetzen? Ich würde gerne auf meinem Platz sitzen. Warum sitzen Sie denn nicht auf Ihrem Platz? Ähm, das ist weil. Da vorne sitzt mein Mann mit seinem Date. Ich bin der Mann. Und ich bin sein Date. Diese Story sollte man auf YouTube hochladen. Das ist ja total verrückt. Können Sie sich bitte nicht woanders hinsetzen? Ich will mit meinem Date nicht neben meinem Mann sitzen. Na gut. Dann setze ich mich neben Ihren Mann. Der Film beginnt. Irgendwie ist der Film langweilig. Der Film läuft doch erst seit 5 Sekunden. Ach ja, stimmt. 20 minus 8 sind 12. Das ist richtig. Was machst du da, Paul? Ich wollte den Leuten zeigen, dass ich Mathe kann. Englisch kann ich auch. My name is Paul. My name is Julia. Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank. Was ist denn? Ach nichts. Alles gut. Vermisst du Julia, Paul? Nein, das tue ich nicht, Julia. Äh, ich meine Pia. Wer ist Julia? Äh, niemals, Mathilda. Paul, erzähl uns was von dieser Julia. Aber wir gucken den Film. Nein, erzähl mal, Bruder. Was war mit Julia? Äh. Naja, dann waren wir in der Karibik. Du hast vergessen zu sagen, dass du Julia geküsst hast. Ja, ist doch okay, Pia. Was ist hier eigentlich los? Naja, dann hat meine Frau diesen Alex geküsst. Ich bin die Frau. Und ich bin dieser Alex. Das ist ein seltsames Date. Eine Stunde später. Und jetzt habe ich ein Date mit Mathilda. Hat noch jemand Fragen? Dann war's das. Der Film ist vorbei. Welchen Film haben wir eigentlich geguckt? Ich vermisse Paul. Ich vermisse Pia. Aber ich brauche diese Beziehungspause. Die 20 Euro haben sich echt gelohnt. Willst du noch zu mir nach Hause kommen? Dann können wir uns noch mehr kennenlernen. Ja, sehr gerne, Paul. Oh nein. Alex, willst du auch zu mir nach Hause kommen? Dann können wir uns auch kennenlernen. Ich habe eine bessere Idee, Pia. Willst du mich heiraten? Wie bitte? Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr Part 6 wollt. und klickt auf diese Folge.